Es ist ein Thema, das alle in Deutschland angeht. Jeden betrifft, unbequem ist und gerne verdrängt wird. Der Umgang mit Rechts. Schreibung. Was ist denn hier los? Er hat mal Power falsch geschrieben. Du gehst in tausend Talkshows und trinkst mit tausend Frauen Kaffee, während ich hier rumsitze wie ein Hefeknügel. Und heute muss ich noch mal Britwitz. Nina Schmidt, hochschwanger, zieht los um ihren Freund zu suchen, der vielleicht von Nazis entführt wurde. Aber das ist längst nicht alles. Ich soll ab jetzt wegkicken, wenn auch seine Schimmelbürger auf offener Straße von Nazis vermutet werden oder was? Wir haben ja keine Nazis. Wir müssen reden. Du kannst mal anrufen, wenn du Deutsch nachregierst und in Polen einmarschierst. Wie stellst du dir das vor? Hey Hitler! Hey Hitler! Mann ey! Über Gewalt. Kissenschlag! Über die Polizei. Stopp! Wir können hier! Über den Verfassungsschutz. Sollten wir nicht stets aufs Neue abwägen zwischen der Effektivität unserer Arbeit und der Wahrheit und der Wahrheit der Menschenwürde? Das ist doch Pappelapapp. Über Jesus. Jesus, fresse! Jemand, der Hunde liebt, der kann kein ganz böser Mensch sein. Korrekt. Über Migranten. Es gibt so viele Libanesen. Die Russen, Albaner, Türken. Ein bekannter schwarzer Buch. Hörsen auf Caller. Bitte. Deutschland muss mal aufhören, sich in die Hose zu machen. Über die Antifa. Die Aufkleber da? Ist das so eine Art To-Do-Liste? Atomkraft abschalten, Kastor schottern. Willst du dich über unseren anti-imperialistischen Kampf lustig machen oder was? Und natürlich über Nazis. Morgen früh wird Polen uns angreifen. Dann müssen wir zurückschlagen. Dann schicken sie doch erstmal die Polizei vorbei. Die soll mal nachschauen. Mann, sind wir peinlich und kleinlich. Hey, Hitler. Komplett isoliert. Ohne Zeitgott. Und weiß nicht. Bisschen kultiviert. Entschuldigung, dass keiner tut. Ohlala. Wenn's hier funktioniert. Seid ihr alle aufm rechten Auge, Blick? Also solche Scherze, die sparen Sie sich mal bitte.